Kann man, Lisa, jetzt mal einen Apfel. Nein, Mama, Obst und Gemüse wird total überbewertet. Was hat man, sagen wir mal? Das ist ein Haar. Das darf aber nicht sein. Also, das ärgert mich jetzt schon. Das darf nicht sein. Das gibt noch klärende Worte. Also, ich habe das Gefühl, dass das hier nicht gerade ist. Ich glaube, der Fernseher rutscht. Also, das glaube ich im Leben nicht. Hast du deine Wasserburg dabei? Ich wollte die Wasserburg. Okay. Das ist doch gerade. Ja, nach dem Augenmaß, lieber. Nein. Soll ich jetzt ein Auge zudrücken, oder was? Mich kann Schnitt gestechen. Gerade muss gerade sein. Ja, okay. Bist du offen für was Neues? Ja, was denn? Schnapftabak. Was muss ich damit machen? Die Nase hochziehen. Ah, danke. 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 Also, so war das jetzt nicht gedacht? Stopp. 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 Eine schrecklich nette Familie. Wir würden uns tierisch freuen, wenn es klappen würde, dass wir euer Hotel auf Herz und Nieren testen dürfen. Tschüss. 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 Tschüss.